Beispiel Der Mieter vom dritten Stock gekommen und hat gesagt, dass wir zu laut wären. Wir müssten die Musik leiser machen. Er wollte seine Ruhe haben. Habt ihr denn nicht gesagt, dass er mitfeiern soll? Doch, natürlich. Aber er hatte keine Lust. Naja, es gibt immer komische Leute. Aber sonst war es schön. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Schade, dass ich nicht kommen konnte. Warum musst du auch immer am Wochenende arbeiten? Untertitelung des ZDF, 2020